Hallo Jessica! Hallo! Und pass auf mich mit, dann kann ich dir konstruieren. Echt jetzt? Ja. Ich habe mich schon immer für technische Sachen interessiert und ich gestalte gerne. Aus diesem Grund habe ich mich für eine Schnuppelehrer in der Comax als Konstrukteurin beworben. Und danach habe ich den Beruf cool gefunden. Das Wichtigste, was ich bis jetzt gelernt habe, ist aktiv auf andere zugehen, wenn ich etwas nicht weiss. Die anderen machen es genau so. Und das sind voll die Profis. Danke vielmals und ein schönes Tag zu sehen. Tschüss! Sie behandelt mich immer auf Augenhöhe. So kann ich mich weiterentwickeln und positive Erfahrungen sammeln.